Hey, hier ist Simon Geschke vom Team Giant Alpe-Team. Die Mitteilung kommt jetzt bestimmt überraschend, aber ich habe eine tolle Überraschung für dich. Schon bald beginnt das größte Radrennspektakel der Welt und ich möchte dich dazu einladen. Wenn du Lust hast, die Tour de France auf eine ganz besondere Art zu erleben, dann halte dir den 10.07. und den 11.07.2016 frei, denn die Bergetappe in Adora wird sicherlich sehr spektakulär. Was genau passiert, behalte ich noch vorläufig für mich, aber ich kann dir schon so viel sagen, du wirst zwei tolle Tage erleben. Und vielleicht triffst du auch noch eine dir bekannte Person. Ich freue mich bereits, dich dort zu treffen und mehr Informationen folgen. Halte die Webseite creatingmemories.com für weitere Informationen gut im Auge.